hallo mein name ist renne weil es einfach schön der platz ist schön mir gefällt die anlage ganz besonders und mit der zeit hat man auch freunde kennengelernt und das war ich bestimmt schon zwei dreimal im jahr hierher auch im februar so wie jetzt wenn du glück hast hast zu bombenwetter erwischt und kannst auch am strand liegen wie man jetzt sieht und das hotel hat etwas was andere nicht haben einen wunderschönen karten es verläuft sich die die leute hängen nicht alle auf dem haufen ja und was soll ich noch sagen das ist einfach preis leistung passt schöner strand was schönes wasser ja sehr schön hier muss ich sagen und man fühlt sich immer wieder wie zu hause und